Ich kotte jetzt jeden Tag vor deinem Spastor-Video. Was gibt's als Orstes? Espresso! Heute muss ich wieder schärfen. Ja, jetzt machen wir mal das Katzenklo sauber. Meine Katzen sind so verblödet. Wenn ihr scheißet oder pisset, dann macht ihr das nicht wie normale Katzen. Den Sand auf den Scheißhaufen kratzen, dass es nicht mehr stinkt. Ne, die kratzen so lange an der Wand und warnen sich, warum es nicht aufhört. Möchtest du verblödet oder möchtest du verblödet? Digga, komm raus jetzt. Yay, fertig geschissen. Ich nehm die Katzen bzw. Kleckerlis. Boah, Alter, das stinkt. Der kleine Penner weiß schon, warum er nicht herkommt. Jetzt verpisst er sich. Komm her jetzt, Digga. Ah, Junge! Ah, jetzt schaut der Nächste los. Wenn wir euch verarschen. Nein, 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 aah! Ich flipp aus. Nicht nur beim Inkauf ist Maschenpflicht. Wenn ihr beim Scheißen wartet, ist bei mir auch Maschenpflicht. Hat der ein Brett an den Jörg. Auf in den Kampf, Digga. Oh, komm! Also, was das für das ist? Probe ein Stück. Step 1, grobe Rüßsüge. Step 2, grobe Rüßwischen. Step 3, Reinigen benutzen. So, jetzt gehen wir her. Machen wir die Wanne da sauber. Hottig. Am trocknen. Ich glaube, ich kaufe mir echt mal so einen mobilen Dampfstrahler. Ist ja nur noch geil. Ganz wichtig, bevor man das macht, immer kontrollieren, ob noch genügend Sand da ist. Viel Spaß beim Kacken, Digga. Übrigens, ich habe mir da so eine tolle Matte gekauft. Weil ich mir gedacht habe, dass sie mir den Sand nicht die ganze Zeit in der Wohnung verteilt hat. Erstmal, viel zu klein. Zweitens, bringt es überhaupt nichts. Drittens, hat 20 Euro Kost. Leute, Leute, die Zeit rennt. Ich muss jetzt dann gleich zum Schaffen. Deswegen machen wir jetzt Me-Prep. Hab da mal was vorbereitet. Käsenudeln von gestern. Und das ist ein Papfel. Warum Papfel? Halb Börne, halb Apfel. Deswegen Papfel. Schlecken sie mir da jetzt rein. Ich glaube, an der Stelle beende ich den Vlog auch. Heute mal ein bisschen kürzer. Blendet einen Dommer da. Leute, abonniert meinen Kanal. Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.